Ich greife an! Ich bin Aero! Pass doch mal auf, wo du das Ding überall hinsteckst! Hallo und herzlich willkommen zu Final Fantasy 7 Rebirth! So, wir haben heute eine ganz spannende Folge vor. Zuerst orientieren wir uns kurz, alte Anlegestelle. Shadley, da waren wir schon. So, mal gucken, was du hier zu bieten hast. Ich konnte Titan, den mythischen Koloss der Graslande, erfolgreich im Kampfsimulator reproduzieren. Bitte hilf mir dabei, die Kampfdaten zu sammeln, damit wir die Beschwörermateria erzeugen können. Materieentwicklung. Automagie, verfügbar eins. Morphen, Autospezialfähigkeit. Also ganz habe ich das hier nicht verstanden. Setzt automatisch. Entwickele mit deinen Daten aus der Graslandregion neue Materie. Summe. Ähm. Einmal Automagie. Wir haben verfügbar... Also ganz verstanden habe ich es noch nicht. Vielleicht mag mir das jemand erklären. Also ich erinnere, ich erinnere mich echt noch am Originalspiel. Also im alten Spiel, dass ich das sehr verwirrend fand. Und so ganz... Also ich glaube in ganzer Gänze habe ich es nicht kapiert. So, rudimentär schon. Ah, ich glaube so ganz nicht. Okay. Cloud hat auch noch einen Platz frei. Red aber auch. Tiefer auch. Ähm. Da. Autospezialfähigkeit. Automatscheinsatz. Ich glaube das macht Sinn von Charakteren, die wir nicht so oft benutzen. Die wir selbst kommen spielen. Hast du die Vögel mehr, die häufig um die Lebensquellen ihre Kreise ziehen, Cloud? Es ist eine neue Spezies, die sich an die Umgebung der Lebensquellen angepasst hat. Ich nenne sie Quelleneule. Falls du mal eine Lebensquelle nicht finden solltest, brauchst du einfach nur ihrem Ruf zu folgen. Okay, ab zum Kampfsimulator. Ich würde mal sagen, wir versuchen uns. Vielleicht sogar an der Esper. Mal gucken. So, Esper Titan. Graslandkampfauftrag. Aufstand im Grünen. Versuchen wir das doch mal. Wir nehmen uns Cloud, Tiefer und Aerith mit. Mach dich bereit. Okay. Also. Runde eins von drei. Kein Problem. Zack. Anschlag. Okay. Nichts überstürzt. Ich lege los. Verbrennen. Ja? Na? Aerith hält sich noch im Hintergrund. Ja, ich möchte mich nicht schmutzig machen. Jetzt. Ich weiß gar nicht. Oh mein Gott, da kommt jemand auf mich zu. Ja. Nachsetzen. Und schön. Nimm das. Anschlag. Zack. Zack. Nimm das. Zack. Achtung. Okay. Also. Cloud, pass auf. Du bist verletzt. Lass mich mal. Okay. Wow. Okay. Du bist der größte Cloud. Okay. Nächste Runde. Müsste jetzt die zwei von drei sein. Okay. Oh, wir werden automatisch geheilt. Bis zu 30 Prozent. Okay. Pass auf Cloud. Sie greifen von Hessen an. Los. Los. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Wow. Boah. Du hast die Klinge genau durch Tiefe gezogen. Pass doch mal auf, wo du das Ding überall hin steckst. Ich glaube, das längste ist hier der Ladescreen. Okay. Runde drei von drei. ATP 50 Prozent geheilt und MP 30 Prozent. Okay. Alles klar. Toxieratte. Sind die da jetzt stärker, die Viecher? Aber die sehen noch... Täuschtest du oder sehen die größer aus? Ah, okay. Quatsch. Das sind ja gar nicht die blauen. Das sind diese Megafiecher. Diese... Ah. Menschen haben ihre Familie ausgerottet. Wir könnten vielleicht nochmal Analyse machen. Greif an! Cloud! Achtung! Ich lege los! Bin der Flughund! Und los! Oh! Ich lege los! Oh mein Gott! Eine Toxieratte. Mhm. Furio! Ja! Überlass das mir! Ist das Furio irgendwas? Was war das? Vita? Okay. Oh mein Gott! Cloud ist hin! Cloud! Wieso? Wie konnte das passieren? Oh mein Gott! Mist! Uh! Das ging aber schnell! Gib's ihm! Eris! 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 Irgendjemand sollte Cloud aufheben! Den brauchen wir nicht! Doch! Du musst ihn aufheben! Wir brauchen ihn! Wir schaffen es nicht ohne ihn! Tifa ist ganz schön aggressiv! Los Tifa! Du schaffst es! Vor allem sollten wir sie mal heilen! Tifa warte ich helfe dir! Hallo! Tifa stirbt! Okay! Okay! Nicht aufgeben! Achtung Tifa! Tifa! Ich kann noch kämpfen! Zack! Entschuldigung! Im Schock! Okay! Und warum heben die Cloud nicht auf? Können wir das nicht machen in dem Kampfmodus? Okay! Zack! Okay! So! Göttliche Strafe! Also! Dann, Mädels! Ja! Würde ich aber auch sagen! Und im Schock! Und jetzt sind wir hier nass! Limitstufe Plus! Bestimmte Synchrofertigkeiten erhöhen deine Limitstufe, wodurch sich noch mächtigere Limits einsetzen lassen! Cloud beispielsweise setzt auf Stufe 1 Kreuzschlag auf Stufe 2 Atomisator ein! Durch diese Kodizes! Was auch immer! Synchrofertigkeiten! Nee! Geht grad nix! Oh mein Gott! Du musst glaubst schon wieder heilen! 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 Wir gehen weiter runter! Delfinschlag? Was soll das denn sein? Oh! Nee! Das ist ein Rommenschlag! Oh! Habt ihr gesehen, wie die sich gerade zusammengekrümmt hat? Die sah aus wie ein Delfin! Und da kam sogar ein Delfin! Oh mein Gott! Bist du bereit? Nein! Ah! Ah! Ah nu! Wieso können wir den beschwören? Wie geil ist das denn? Ah! Schockanfällig! Kommt! Wir schocken! Oh nein! Okay! Sehr viel! Boom! Und Aerith hat gewonnen! Sehr gut! Das war abzusehen! Oh! Die Melodie habe ich ja auch vermisst habe ich die! Grasland-Kampfauftrag! Aufstand im Grünen! Gewonnen! Wie cool! Das ging aber ordentlich ab! Also... Boah! Mögt die Folgen im Kampfsimulator? Können wir öfter mal machen! Okay! Auf zum nächsten Mal gucken, ob der Cloud wieder seine Mädel... Fünf Runden! Okay! Cloud wieder seine Mädels antreten lässt! Oder ob er die Samen mitmacht! Das sollte reichen! Ich finde es verwirrend! Okay! Erste Runde war ja mal... Absolut kein Problem! Absolut kein Problem! Runde zwei von fünf! Ich freue mich auch auf die... Stell dir mal vor, du hast den Synchronisationsauftrag! Ha! Puh! Oder ist das Computer animiert? Ich weiß es nicht! Ich habe die Sprechrolle der Tiefer! Zack! Zack! Uh! Mach dich bereit! So! Wir sind geheilt! Und... Greifen wieder... Überschallgreif! Also bis jetzt ist das Ganze ja noch easy peasy! Okay! Das sah zwar aus, als hätte Tiefer hier nur Schattenboxen gemacht, aber es hat geklappt! Was will man mehr? So! Runde vier! Ich glaube, so langsam geht es ums Eingemachte! Wobei bei dem Vorregen war auch nur die Runde drei knackig! Der Rest davor war ja... Keine Ahnung! Puh! Okay! Wahrscheinlich kommt dieser Dreckswolf mit noch fünf anderen Viechern! Ja, mal schauen! Okay! Und... Tschüss! Gewonnen! So! Jetzt! Also! So! Wir sollten uns nicht davon ablenken lassen, dass das easy peasy war! Okay! Okay! Das sind doch nur normale Kalmwölfe, oder? Vier Stück! Ja, das sollte jetzt eigentlich kein Thema sein! Ja! Also, vier von diesen Megakalmwölfen wäre, glaube ich, ein anderes Thema! Oh, kein Problem! Ha! Puh! Ha! Das ist auch ziemlich schwach! Genau! Das ist ziemlich schwach! Die schaffen es noch nicht mal einen Schock! Krass! Okay! Immerhin! Graslandfeld-Forschung Stufe 1! Neuer Rekord! Heim plus 1! Wie cool! Gilt das jetzt für alle? Wie gesagt, immer noch nicht verstanden! Ähm... Wir beginnen einen neuen Kampf! Ist ja geil! Okay! Runde 1 von 1! Okay! Nur eine... Nur eine Runde! Überschallkreis! Sturmangriff! Tief! Fahr! Vor! Und das war's schon! Missionsergebnis! Gewinner ohne kampfunfähig zu werden! Abgeschlossen! Okay! Jetzt mal schauen! So darf's weitergehen! Bioanalyse! Kenne deinen Feind! Neuer Rekord! Feintechnik! Benutze Analyse und biologische Daten über Gegner aus den Weltregionen zu sammeln! Dadurch werden beim Kampfsimulator Kampfprogramm hinzugefügt, wenn du den erfolgreichen Abschluss du dir Feintechnik aneignen kannst! Wenn die Materie eingesetzt ist, kannst du überdies jederzeit Schallwellen anwenden! Was auch immer das ist! Okay! Neuer Rekord! Zwölf Sekunden! Aha! Kampftraining! TP-Boost bekommen wir da! Ein Kampf für Cloud und Barrett! Bitte führe den Anführer! Absolviere im Kampfsimulator eine Serie von Trainingseinheiten, um die Kampfstile und Eigenschaften der Lehrer besser kennenzulernen wahrscheinlich! Kampftraining! Kampftraining Anfänderhalle für Cloud und Barrett! Kampf beginnen! Ja! Okay! Wir sind bereit! Wie viele Runden gibt es hier? Stand das da schon? Runde eins von drei! Okay! Kampfgrundlagen! Kampfen! Blocken! Ausweichen! Drücke M! Um Gegner anzugreifen! Dies fügt dem Kräfer nicht nur Schaden, sondern auch lädt deine ATB-Leiste auf! Mit M! kannst du die meisten gegnerischen Angriffe blocken und ihm mit M! ausweichen! Erfolgreiches Blocken reduziert nicht nur den Schaden, sondern lädt auch ATB auf! So! Während des Kampfes lässt sich die Leiste im Laufe der Zeit blocken mit M! und Angriff auf den gegen-ATB-Leiste auf! Die ATB-Leiste hat zwei Einheiten, die aufgefüllt werden können! Bei aufgefüllter Appellation können Fertigkeiten, Magie und Gegenstände via Kommandos eingesetzt werden! Drücke M! und das Kommando-Menü zur Öffnung Kommandos anzuwenden! Während der Auswahl der Kommandos trittst du in einen Taktik-Modus ein, dem die Zeit langsamer verleuchtet! Überlege dir in Ruhe, welche Kommandos am besten fürs Kampfgeschehen geeignet! Um Kurzbefehle anzuwenden, hältst du M! gedrückt und wählst M! 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 Eine vora eingestellte Fertigkeit oder Magie aus! Achte darauf, dass die ATB-Leiste ausreichen! Ja! Ist ja gut! Nein! thatís sollte reichen! Mann! Keine Schock... Ja! Ist ja gut! Noe ein Kraft! Das war's dann! Ok! Genug! Schon erledigt! Ja! Und die Runde 3 kommt! Wir machen uns bereit! Wir krempeln die Ärmel hoch! Okay, Phönix-Feder ist im Anschlag. Und los. Große Fledermäuse. Ach ne, das ist Runde 2 von 3. Habe ich nicht aufgepasst? Anvisier mit Numa ist die Möglichkeit, einzelne Gegner als Ziele zu erfassen. Besonders hilfreich bei flinken, ländigen Gegnern, vermute ich nicht. Je nach Kampfsituation kann es hilfreich sein, den aktiv gesteuerten Charakter zu wechseln. Es ist auch möglich, deren Gefährten Befehle zu erteilen, ohne den Charakter zu wechseln. Im Wechsel des aktiv gesteuerten Charakters, Gefährten Fehler erteilen. Der aktive Charakter lässt sich auch während des Blockens wechseln. Ein Wechsel in Einsatz und Synchronaktionen kann sehr praktisch für einen Kampffluss sein. Im Hauptmenu kannst du unter Kampfeinstellung der Anführer der Gruppe bestimmt werden. Übernimm du. Wurde schon ungeduldig. Ja, ja, alle immer so ungeduldig. Einige Fertigkeiten wie Klaus Schwertsturm und Tiefers Rückwärtssalto befördern als Gruppenmitglied in die Luft, wo das dann seinen Angriff fortsetzen kann. Fertigkeiten, die den Charakter in der Luft befördern, dort eingesetzt werden. Und, hm, Fertigkeiten in die Luft eingesetzt werden. Okay. Okay, manchmal ist es wahrscheinlich praktisch, dass man von der Luft aus angreift. Wer kann sich denn sowas merken? Man muss ja zumindest im Vorfeld mal überlegen, mach ich das oder das. Okay. Kampfgrundlagen anbieten. Gewonnen. Überschall greift B. Besiegt. B wie besiegt. Genau. Hoffe ich mal, dass wir nie zu V wie verloren kommen. Mach dich bereit. Runde 3 von 3. Okay. Ist aber ein blauer. Unter der TP-Anzeige des Gegners befinden sich seine Schockleiste. Sobald ein Gegner schockanfällig geworden ist, lädt sich seine Schockleiste schneller auf. Ist die voll, bricht er zusammen und geht in Schockzustand über, was günstige Gelegenheit für Angriffe öffnet. Und die Schockleiste kann mit Angriffen oder durch das Ausnutzen der elementaren Schwächen der Gegner aufgeladen werden. Verwende Analyse, um herauszufinden, welche Angriffe und Fertigkeiten beim Gegner am besten funktionieren. Ist dies so schockanfällig, können Fertigkeiten und Magie die Schockleiste nur aufladen und den Gegner in den Schockzustand vergessen. Versetzen. Pause. Schließen. So. Elfer Dank. Nee, Elfer Dank. Manche Fähigkeiten wie Clouds Impuls, Hebaris Schockstoß, Schuss oder tieferes Rückwärtssalto sind besonders gut dazu geeignet, die Schockleiste des Gegners zu führen. Dann setzt es hier ein, wenn der Gegner schnell in den Schockzustand Mann versetzen möchtest. Also Impulshieb, Schockschuss und Rückwärtssalto. Das war's. Okay. Ich meine, Schockschuss ist da jetzt ja nicht so abwägig. Das muss man sich offensichtlich nennen. Aber vielleicht gibt es ja auch die Symbole dazu, die immer daneben stehen. Ich weiß es nicht genau. Keine große Sache. Aua. Also ich... Voll in den Rücken. TP Boost. Mal eins. Haben wir jetzt einfach ein Materia erhalten, oder? Mehr ist es doch nicht. Man gewinnt so wahrscheinlich Materia. Preise sind verschiedene Materia. Okay. Solo-Kampf für Cloud. Mach dich bereit. Wir machen uns jetzt bereit. Wie viele Runden? Stand das da auch schon dabei? Wahrscheinlich. Runde eins von zwei. Drücke Hm, damit Cloud zu seinem Schwert angreift. Abhängig davon, wie lange die Taste gedrückt wird und wo sich der Gegner befindet, enden sich Angriffsbereiche und ausgeführte Aktionen. Halte Hm gedrückt, um einen Flächenangriff mehrerer Gegner gleichzeitig zu attraktieren. Drücke nach dem Anweichen eines Gegners Hm und dann weiß ich es nicht. Cloud verfügt im Beginn an über die Fertigkeit Mutangriff und Schwertstummen. Mutangriff ist ein mächtiger Heben mit dem Schwert, der dem Gegner großen Schaden zuführt. Er kann auch in der Luft ausgeführt werden, wo er sogar noch an Stärke gewinnt. Er eignet sich gut dazu, einem Gegner in Schockzustand den Rest zu geben. Der Schwertsturm ist eine Serie von drei schnellen Heben, die an Stärke gewinnen, wenn sie mehrere Gegner treffen. Er kann den Angriff in der Luft verlagern und auch in der Luft ausgeführt werden. Also entweder ist es kein richtiges Deutsch oder ich kann nicht richtig lesen. Ich denke eher letzteres. So, wir machen uns wieder bereit. Und Runde zwei von zwei. Haltungswechsel. Drücke hin, damit Cloud einen Haltungswechsel von einem Cloud kann aus der ausgewogenen Around-Haltung in die Angriffshaltung offizierte Spezialisierte Offensivhaltungen wechseln. Bei Kampfbeginn finden Sie Cloud in der Around-Haltung. Versuche den Gegner, was auch immer. Üben wir das jetzt auch? Ja, tun wir. Okay, Clouds Bewegungen sind in der Offensivhaltung zwar verlangsamt, seine Angriffe dafür aber stärker. Zudem werden beim Blocken Gegner schon in der Angriffe Konter ausgelöst. Distanzangriffe und Magie können nicht geblockt werden. Weihst du ihnen aus, wechselt Cloud automatisch zurück in die Around-Haltung. Und gewonnen. Wow. Zum Glück dreht er sein Schwert mal nicht um. Da hat er uns nicht gespalten. Neuer Rekord. Glutmateria. Okay. Wir schauen hier nochmal durch. Ich meine, im Endeffekt werden wir eh alle machen, ja? So ist es nicht. Aber das reicht jetzt erst mal. Die werden meine Forschung voranbringen. Danke für die Materia. Sag mal, Clouds... Wir haben keinen Bock mit dir zu reden. Wir wollen jetzt erst mal unsere neuen Materia einsetzen. In unser Schwert zum Beispiel. Ist es jetzt immer diese Limits? Wenn wir Limit plus eins haben, können wir noch einen einsetzen. Heilen. Wir haben jetzt... Was haben wir jetzt gemacht? Cloud. Kriegt jetzt auch ein Heilen. Präzise Analyse. Stehlen. Gewitter. Wechseln wir zu Glut. Automagie. Morphen. TP-Boost. Und wie erhöht sich jetzt nun mal unsere Materia? So ganz habe ich nicht verstanden. Und nochmal. Schreibt mir. Erklärt mir mal Sachen. Eine mittelgroße Esper, die ihre Fertigkeiten... Okay, wir haben eine Esper. Ivrit. Wo? Shiva? Krass. Wo haben wir die denn bekommen? Hatten wir die die ganze Zeit schon? Ach, und die sind verbunden. Manche sind verbunden, manche Materia. Okay. Und wieso? Materia. Was sind das jetzt für welche? Shiva? Okay. Wie cool. Wo hat man die her? Eine kleine Esper, die kam... Eine mittelgroße Esper. Ionenschlag. Ramon. Erhöht bei Beschwörung die Statuswerte. Okay. Okay. Und wo haben wir die her? Gab es die mal als Belohnung? Habe ich das verpasst? Gab es die... Hm? Hatten wir die von Anfang an? Witzig. Zauberpott. Ich denke mal, Zauberpott, klar. Den erkennt man jetzt nicht unbedingt. Proto-Was? Aber ich würde so gerne mehr über sie wissen. Gib Bescheid, wenn du etwas herausfindest. Cloud, es sind mittlerweile viele neue Daten zusammengekommen. Ja. Was hältst du davon, deine Materia weiterzuentwickeln? Ich glaube, da ist jetzt... Okay. Unten steht Daten. Null. Aber wir sind nochmal im Kampfsimulator. Okay. Wollen wir den nochmal versuchen? Schon, oder? Mit unseren Girls. So. Wir sind die drei Engel für Charlie. Und wir werden dich jetzt nass machen. Okay. Eine Runde. So. Jetzt zeig mal, was du gelernt hast, Cloud. Und lass dich nicht mal wischen. Immerhin. Wir sind nicht halbtot. Ja. Dann mach mal. Zack. Flieg. Flieg. Okay. Was bringt das, wenn wir da so einen Reitkreis machen? Ah, da kann man sich reinstellen. Okay. Dann übernimm. Feuer frei. Was extra. Hier geblieben. Regenerieren wir hier? Viel Erfolg. Überlass, übernimm du. Ich sah nichts. Steht gar nichts. Ja, knapp. Ja. 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 So tiefer. Es klappt besser, du gehst immer. Ich mach's rückwärtsalte in der Luft, oder? Ja. Oh nein. Aerith? Aerith? Aber immerhin, die Stufe deiner Materie hat sich erhöht. Das bedeutet, dass du nun eine höhere Magiestufe einsetzen kannst. Feuerer und Feuergas sind beispielsweise verstärkte Formen der Magiefeuer. Mit der größeren Wirkung erhöht sich allerdings auch der MP-Bedarf. Während des Kampfes kannst du die Stufe einer Magie mit Hunden auswählen. Okay. Das ist ja cool. Ich mach das. Das war's. Los, geh jetzt. Er ist überstürzt. Aber er ruft Feuer und nicht Feuergaard. Wahrscheinlich hat er noch einen Feuergaard. Oh Mann. Aerith muss heilen. Oder regenerieren wir doch im Heilkreis. Ich muss mal auf die Zahlen achten. Aber wir kriegen so viel Schaden rein, das sieht man da nicht. Ich weiß doch gar nicht, wie lange einer rumgegibt. Oh Mann. Ja. Vita ist eine gute Idee. Sehr gut. Mann. Wenn wir das jetzt durchhalten, sieht es so gut aus. Dann übernimm. Fahr bereit. Verbrenn. Nimm das. Zack. Wir machen dich fertig. Nimm das. An die Arbeit. Ich greife an. Ich bin Aerith. Und ich werde dich jetzt vernichten. Mit Magie. Und Feuer. Zieh dich zurück. Okay. Wir sollten heilen. Wir sollten heilen. Wir haben auch Tränke, oder? Wir können unsere... Oh, wir sind... MP ist schon zu... Oh, MP scheint sich irgendwie aufzuladen. Ich weiß aber nicht, das war's. Ach nee, das war Limit. Nicht MP. Arbeiten wir im Team. Jetzt ist recht. Okay. Und wir sollten ihn heilen. Heilen. Entweder so oder durch den Trank. Göttliche Strafe. Okay. Ja. Jemand sollte Aerith heilen. Am besten nimmst du mal einen Trank oder sowas. Wir haben so viele Tränke. Nein. Wir haben keine Punkte. Aerith stirbt. Achtung, Achtung. Das war so gut. Komm, die Hälfte haben wir doch. Ich weiß nicht genau. Ich brauche Hilfe. Wir haben jetzt irgendwas. Okay, wir haben was. Der geht gut runter. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Greif an. Mach ihn fertig. Nein, der ist aufgestanden. Mist, 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 Mist. Warum ist der aufgestanden? Oh, das hat nicht mehr viel gefehlt. Wir müssen uns unbedingt teilen. Oh, wir sind gehalten. Wie konnte das denn passieren? Gar nicht. Gehmerkt. Nur noch Cloud ist mal wieder derjenige, der keine Lust mehr hat. Und der sich versch... Boah. Das hat Tifa aber ordentlich reingehauen. Was macht der denn jetzt? Segen des Erdreichs? Felsenwurf? Oh nein. Jemand müsste Cloud heilen. Oh, oh. Oh, oh. Und wir bestwören. Yvrit, wie geil. Jetzt zeig mal, was du kannst, Yvrit. Und wehe, du machst ihn jetzt nicht fertig. Kannst du überlegen. Jetzt erst recht. Los, Yvrit. Greif an. Muss man den steuern, oder macht er das von alleine? Jetzt wird abgerechnet. Na, komm schon. Wir schicken. Oh, Mann. Cloud, Cloud, Cloud. Neuer Plan. Lass den Wookie gewinnen. Oh, oh. Mist, Mist, Mist. Blütensturm. Okay. Cloud. Der ist fix und fertig. Aber er tut immer noch so, als könnte er was reißen. Greif an. Cloud, pass auf dich auf. Wow, wir haben gewonnen. Ja. Es ist noch nicht vorbei. Puh. Abgeschlossen. Du gehörst jetzt mir. Nur mir alleine. Espertitan. Neuer Rekord. Wir haben den Titan Materia gewonnen. Super. Jetzt müssten wir nur einen Platz haben, um den einzusetzen. Das war ein fantastischer Kampf gegen Titan. Seine erdspaltenden Fähigkeiten sind genauso legendär, wie ich erwartet hatte. Dieser mächtige Gigant wird euch auf eurer Reise bestimmt eine große Hilfe sein. Bei ihm seid ihr in guten Händen. Wir haben keine Punkte. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit den Weltberichten. Aber wie geil ist das denn, oder? Wir sollten ihn mal auf die Bank setzen. Ist dir in letzter Zeit mal ein Hase über den Weg gehoppelt? Ich habe nämlich herausgefunden, dass die Hasen hier die Angewohnheit haben, alle möglichen Dinge in ihrem Bau zu verstecken. Solltest du einen entdecken, kann dein Schokobo auf Schatzsuche gehen. Möglicherweise lassen sich dabei nützliche Dinge finden. Ich lache mich tot. Ich liebe es. Ich liebe es. Aber ich kenne Personen, die das nicht mögen. Egal. Vor Frust jetzt erst mal gleich noch ein Kampf. Da gibt es nämlich keine Hasen. Und keine Blüten. Und erst recht keine Baby-Chocoboos. Und Barretts Solo-Kampf. Bitte wähle einen Anführer. Wir nehmen Aerith. Sieht irgendwie genauso aus, wie das von Cloud gerade. Runde 1 von 2. Drücke Mh, damit Barret mit seiner Waffe an seinem rechten Arm angreift. Talte Mh gedrückt, um Salven abzufeuern. Ziele mit Mh anvisiert. Auf diese Weise kannst du entfernte Gegner bei aus einer sicheren Position heraus angreifen. Dann machen wir das doch mal. Okay. Das ist gedrückt halten. Wow. Barretts verfügt von Beginn an über die Fertigkeit Stähler-Naville und maximale Wut. Stähler-Naville reduziert für eine bestimmte Zeit den erlittenen Schaden und verhindert Einschüchterung. Maximale Wut feuert eine Kugelhagel ab, der alle ATB-Einheiten verbraucht. Je mehr ATB-Einheiten zur Verfügung stehen, desto mehr Schaden wahrscheinlich. Stähler-Naville, maximale Wut. Probe mal. Ja, und jetzt. Na, guck mal, das füllt aber gut auf. Krass. Gewonnen. Und jetzt kommen wir zu... Runde 2 von 2. Oh Gott, das ist hier... Ist ja schlimmer wie Klavierspielen. So, dann. Drück mal bitte, ne? Feuereimpuls. Wir haben... Wow, Waffenkunde für Anfänger. Wie geil. Gewonnen. Und, und? Was bekommen wir? Schon erledigt. Wir tun das ja nur für den Erfolg. Kampftraining Barrett. Neuer Rekord. Gewitter Materia. Sehr schön. Okay, tiefer. Solo-Kampf. Dann mal schauen, was sie Schönes kann. Vielleicht wird das mit dem Rückwärtssalto nochmal erklärt. Runde 1 von 3. Drücke Mh, damit tiefer mit schnellen Kampfsportaktionen im Nahkampf angereift. Halte Mh gedrückt, um einen kraftvollen Schlag auszuführen. Drücke beim Ausweichen irgendwas, damit irgendwas passiert. Oder auch nicht. Tiefer verfügt von Beginn an den Fertigkeiten Entfesselung und Rückwärtssalto. Entfesselung erlaubt es dir in Mh nach Schmetterer und Sprengfaust. Erst Sprengfaust und dann Schlagsturm auszuführen. Zudem wird eine Zeit lang die Kombozahl des normalen Eingriffs erhöht und Tiefas Fähigkeit zum Ausweichen verbessert. Ist die Materie autospeziell eingesetzt, es ist bei uns übrigens verwendet Tiefer Entfesselung, auch wenn sie nicht aktiv gesteuert wird. Beim Rückwärtssalto weicht Tiefer nach hinten aus, um den Gegner anschließend anzugreifen und dessen Schockleiste aufzuladen. Bei erfolgreichen Ausweichen wird Tiefer's ATB-Leiste aufgeladen. Okay. Es ist jetzt die Frage, ob man da nicht mal, ob man das selber probiert oder mal nachschaut, was hier praktisch ist und was nicht. Okay. Der eine ist hochgeflogen, kommt jetzt runter und klatscht uns voll ins Genick. Aber das sehen wir jetzt nicht, weil der Bildschirm ist dunkel. So. Drei von denen. Und mit zwei von drei. Drücke M, um Tiefer's Spezialfähigkeit anzusetzen. Nutze Tiefer's Fertigkeit Entfesselung, um mit M nach Schmetterer, Ass, Sprengfaust und dann Schlagsturm auszuführen. Ist der Gegner im Schockzustand, wird der verursachte Schaden vervielfacht. Nach Einsatz eines entfessenen Angriffs sinkt die Entfesselungsstufe der Spezialfähigkeit um eins. Also so ganz habe ich das nicht verstanden. Aber, also die Texte habe ich jetzt schon 20 Mal gelesen. Entfesselung. Und jetzt steht da Sprengfaust, Schlagsturm. Macht sie halt irgendwelche Kombos, ne? Sprengfaust, Verschmetterer, Angriff. Dreieck, Dreieck, Vier. Aber ist schon cool, wenn man das... Ist natürlich echt verwirrend, weil sich jeder irgendwie anders spielt, auch wenn man die gleiche Tasse drückt. Hm. Okay, wir alleines. Tiefer kann mit verschiedenen Fertigkeiten Gegner im Schockzustand ein Vielfaches an Schaden zufügen. Beispielsweise kann sie mit ihrer Spezialfähigkeit Entfesselung Gegner im Schockzustand angreifen, um ihnen mit Schmetterer, Sprengfaust und Schlagsturm ein Vielfaches an verursachten Schaden zuzufügen. Auch nachfolgende Angriffe verursachen weitaus mehr Schaden als normal. Solange sich der Gegner im Schockzustand befindet, schocke deinen Gegner mit Angriffen wie Rückwärtssalto oder solchen, die auch im Schockzustand ausführen, auslösen. Okay, also jetzt mach mal Rückwärtssalto. Von Magie haben die da jetzt nichts geschrieben? Okay. Zack, zack, an die Arbeit. Schock. Und jetzt Schmetterer. Kam war gar nicht dazu, der lag schon. Krass. Die ist ja heftig. Tifa, was ist aus dem Mädchen geworden, was uns zur Makostation geführt hat? Materia Frost. Jetzt fehlt noch Spezialtraining. Red. Haben wir da und Aerith. Zuerst Aerith. So, jetzt mal schauen. Andere Melodie. Drücke Mh, damit Aerith Magie in Richtung eines Angriffsgebiet wirkt, um Gegnern im Distanzangriff zuzusetzen. Durch gedrückt halten von Mh lässt sich die Energie für Fokuswarp aufladen. Lass dir im aufgeladenen Zustand die Taste los, um Fokuswarp auszulösen. Je mehr Magie aufgeladen wurde, desto größer ist die Wirkung. Trifft ein vollständig aufgeladenen Angriff, erscheint ein magischer Diener in der Nähe von Aerith. Wie süß ist das denn? Der magische Diener in der Gestalt eines Schmetterlings verstärkt die Wirkung von Aerith Magie und führt einen zusätzlichen Angriff auf die Gegner aus. Oh mein Gott. Los komm Schmetti. Greif an. Wo ist er? Aber da muss man glaube ich Fokuswarp auszulösen. Was war das nochmal? Aerith verfügt von Beginn an über die Fertigkeiten Subspirit und die Macht der Unschuld. Oh Gott, was sind das für Zauber? Subspirit enttickt den Gegner MP, befindet sich dagegen im Schockzustand, ist die Menge an entzogener MP erhöht. Und das kann sich sehr nützlich erweisen, wenn die Kinder eigenen MP und Tiefstand sind. Boah, die hat hier, wie nennt sich das? Aussaugen, keine Ahnung. Macht der Unschuld, habe ich jetzt leider nicht gelesen, was das ist. Was macht sie da? Macht der Unschuld. Das sieht nicht so unschuldig aus. Gewonnen. Das ist schon krass hier, die mit ihren Zauberen. Ich töte dich allein durch mein Lächeln. Und ich habe hier noch jene Menge Schmetterlinge, die ich auf dich werfen kann. Und die gehen in deine Ohren rein und dann zerfetzen sie dein Gehirn. Runde 2 von 2 Aerith kann mit einigen Fertigkeiten Magiekreise aufbeschwingen. Wirkt sie innerhalb dieser Kreise Magie, werden verschiedene Effekte gewährt, die den Angriff unterstützen. Ach so, drücke nun, um dich mit der Fertigkeit Fokuswarp zwischen verschiedenen Magiekreisen zu teleportieren. Das Springen zwischen Magiekreisen ist geistig sehr anspruchsvoll, deshalb die Fähigkeit erst wieder eingesetzt werden kann, wenn er aus Konzentration vor aufgeladen ist. Offensive Magie wird innerhalb von geheiligten Magiekreisen automatisch verdoppelt. Das kostet zwar doppelt so für MP, spart aber ABT-Einheiten, ATB. Außerdem wird die Wirkung der Magie verstärkt. Wie krass ist das denn? Die macht also verschiedene Kreise und teleportiert sich dann mit Fokuswarp zu den einzelnen Kreisen. Wie cool. Ab mit dir. Wie cool ist das denn? Seht her, ich schwöre gleich an einen Schmetterling und der macht euch fertig mit Flapp, 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 Flapp. Dann macht doch mal, wo ist der Schmetterling? Okay. Also ich glaube, Aerith beherrschen wir... Ah, hast du gesehen? Wir haben uns teleportiert. Hoppla, warte. Warte, ich heize dir ein bisschen ein und dann macht sie ihre Jacke auf. Oder sie hebt ihr ein Rockenstückchen über die Knie... Ne, über die Knöchel. Nur über die Knöchel. Vielleicht zieht sie noch einen Schuh aus. Egal. Super. Erstmal Kleid putzen. Materia, Luft. Cool. Haben die immer einen Stern am Anfang oder ist das schon was Besonderes? Die Katze fehlt noch. Okay. MP-Boost. MP sind ja die Mana-Punkte, oder? So, jetzt wird's. Drücke, hm, um mit Red scharfen Krallen und Zähnen anzugreifen oder zu kämpfen. Halte die Taste mit einem Angriff mit Flächenschaden gedrückt. Erfolgreiches Blocken. Mit, hm, lädt Reds Rächerleiste auf und erlaubt Konterangriffe. Drücke nach erfolgreichen Blocken, hm, und dann passiert noch irgendwas ganz Schlimmes. Echt zerfleisch dich. Echt zerfleisch dich. Vor allem noch so. Raah. Red verfügt von Beginn an über die Fertigkeit mächtiger Abwehr und Wirbelfänge. Bei Wirbelfänge dreht sich Red vertikal und fügt dem Gegner durch zerfetzen großen Schaden zu. Diese kraftvolle Technik eignet sich gut dazu, einem Gegner den letzten Rest zu geben. Bei mächtiger Angriff nimmt Red eine Haltung ein, die Angriffe blockt und die Rächerleiste in hohem Maße auflässt. In dieser Haltung kann er sich nicht bewegen. Raah. Ha, hat bestimmt auch Spaß gemacht, den einzusprechen. Ich mach dich fertig und ich hab gewonnen. Was genau macht, oh, er putzt sich. Und jetzt streckt er sich. Und alle behandeln ihn wie ein Hund. Ist ja offensichtlich kein Hund. Okay. Runde 2 von 2. Erfolgreiches Blocken. Lädt Reds Rächerleiste auf. Drücke im HM, um die Rächerhaltung zu wechseln, wodurch sich die Rächerleiste entlädt. In der Rächerhaltung und sind Reds Angriffe kraftvoll und sein ausweichend Behänder. Ist Behänder gut oder schlecht? Drücke im HM, um dem Gegner mit der Fertigkeit Subvita bis... Oder wie hieß das? Also das hat mich jetzt gerade verwirrt. Was heißt denn Behänder? Schneller, oder? Behänder? Behäbiger ist doch langsamer. Behänder? Hm, komisches Wort. Haben Sie bestimmt beim Übersetzen im Wörterbuch nachgeschaut. Oder Sie haben irgendeinen... Ja, wir haben hier noch einen, keine Ahnung, einen Hausmeister mit über 80. Der arbeitet hier auf 520 Euro Basis. Oder wie toll ist das? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Also, das ist unser... Oh, hast du Männchen gemacht? Das hast du aber fein gemacht. Ganz fein hast du das gemacht. So, Kampftrennung, Synchroaktion und Fertigkeiten. Wo ist der Balken? Ich sehe ihn nicht. Wo haben wir den? Freischalten und entsprechende Kaunisse sind nicht... Was machen wir jetzt? Cloud, Barrett, Tifa. Okay, unsere Gruppe. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was wir jetzt gerade machen. Ich habe auch irgendwie den Pfeil nicht gesehen. Irgendwas tun wir. Wir haben jetzt mit 3 Fledermäusen zu tun. Runde 1 von 2. Während du mit Männchen blocksst, kannst du eine Vielzahl von Synchroaktionen ausführen, um Gegner zusammen mit anderen Gefährten anzugreifen. Synchroaktionen verbrauchen keine ATB-Einheiten. Treffen sie, laden sie ATB-Leister des beteiligten Gegners Gefährten auf. Synchroaktionen sind nicht zwangsläufig offensiv. Sie eröffnen auch diverse Möglichkeiten, gemeinsam zu blocken oder einen Gegner gleichzeitig anzuvisieren. Drücke Männchen während du mit Männchen blocksst, um Informationen zu Synchroaktionen einzusehen. Okay. Ich glaube nicht, dass wir das jemand... Doch, da. Ah, führt im Team bis zu 3 physische Fernangriffe aus. Kugelkeule, Synchroaktionen mit Barrett. Okay. Mit tiefer, sammelt durch gedrückt halten, der Taste, Kraft-Hieb und entlädt sie beim Loslassen. Mächtiger physischer Angriff. Barrett noch Konterfeuer. Und... Okay, die haben beide Konterfeuer. Führt in geteimten Reaktionen auf einen gegnerischen Fernangriff im Team ein Konter aus. Okay, beide haben Konterfeuer. Okay. Synchroaktionen können auf verschiedene Weise aktiviert werden. Angriffe im Team wie Kugelkeule können durch einfaches Drücken von Tasten irgendwo sofort aktiviert werden. Bei mehrmals Aufeinanderfolgen auslöst sind Kombos möglich. Einfach mit dem Kopf auf die Tastatur. Kraftvolle Synchroaktionen wie Kraft-Hieb werden durch das Gedrückthalten von Tasten aufgeladen. Okay, das ist mein Ding. So. Ich drücke jetzt alle Tasten gleichzeitig und gewinne. So, du hast eine neue Synchroaktion angewendet. Okay. Wir haben eine neue. Okay. Wo? 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 Ich sehe nichts. Kraft-Hieb. Synchroaktion. Ah. Kugelkeule, Kraft-Hieb, Konterfeuer. 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 Ich glaube, die mit dem Punkt sind neue. Sehr schön. Haben wir wieder was gelernt. Also ich glaube, dieses Spiel nach zwei Wochen Spielpause nochmal zu spielen, da kannst du auch ausrasten. Da bist du auch gefrustet ohne Ende. Durch die Anwendung von ATB-Fertigkeiten lädt sich die Synchroleiste auf. Sobald sie von zwei Quarantälen in ein bestimmtes Maßchen aufgeladen ist, kann die Synchrofertigkeit eingesetzt werden. Der Einsatz von Synchrofertigkeiten verbraucht keine ART. Verursacht bla bla. Es gibt Limitstufe, MP-Verbrauch und endlich. Oder Verlängerung des Zock. Ach, das ist Verlängerung des Schockzustands. Das ist das dritte. Genau. Und das andere verstehe ich nicht. Mit jeder wiederholten Anwendung einer Synchrofertigkeit erhöht sich die dafür benötigte Männer-ATB. Okay, doch. Okay, also Synchrofertigkeiten, da braucht es ATB. Okay, alles klar. Also das ist diese blaue Leiste da unten. Da haben wir immer nur zwei im Spiel. Okay, und was sind das jetzt bitteschön? Und Limit? Okay, das kapiere ich jetzt auch. Limit ist das gelbe Ding daneben. Es gibt also mehrere Sachen parallel im Spiel, die sich aufladen. Ach, Tifa ist traurig, was da passiert. Warum, was ist passiert? Schaut mal da bei Tifa. Oh Mann. Und jetzt bricht es erst mal in Tränen aus und die anderen müssen sie irgendwie aufmuntern. Okay, ich fand, das macht Spaß und wir werden damit weitermachen. So, also macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.